1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles hat angefangen, als wir zusammen Verstecknis gespielt haben. Tanna ist mir mit ganz Leid weitergesprungen, dass uns Lina ja nicht findet. Als wir uns versteckt haben, sind wir auf den alten Schopf gestossen von unserer Jubel an. Das sieht ja spannend aus. Als Tanna die erste Seite aufgeschlagen hat, kam auch Lina zu springen. Als sie nahm, was wir gefunden haben. In diesem Buch hatte es ein altes Gruppenfoto. Als wir Zeit umblättern wollten, hat es plötzlich etwas herausgefallen. Und dann nahm wir das Papier auf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!